Ja, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem Thema, ja, da können wir uns nicht dran zurückhalten, nein, das müssen wir hier einmal lesen, aus dem Netz, natürlich, wie geht das? Ja, da einmal, Ton ab, da werden wir dann erleben, was eine Verschwörung ist, natürlich, also ab hier, Ton ab, na bitte, also Ton ab. Ja, also ich lese das jetzt mal vor, ja, also eine Verschwörung, ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich lese hier im Netz, ja, ja, da lese ich hier planetwissen.de, Plan der Verschwörer ist es, ein Staatsstreich mit Operation Walküre, ja, ja, das war der Stauffenberg, ja, der hat da das ganze Ding damit angeführt, oder auch andere hinter ihm, ja, und die hatten eine Verschwörung gegen das Naziregime damals seiner Zeit. Ja, das war eine Verschwörung, jetzt gibt es auch noch diese Verschwörung, ja, finden wir da eine Anweisung, dass wir dieser gedenken müssen, oder sollten? Ja, weiß ich nicht, ja, tippen wir mal ein, Stauffenberg gedenken, ja, Stauffenberg gedenken, ja, es gibt eine Gedenkstätte, eine Stauffenberg gedenkstätte, ja, natürlich, Herr Stauffenberg wird gedacht, man erlaubt es uns, Verschwörungen zu gedenken, das ist ja sehr sonderbar, na bitte, Verschwörung zum Aussuchen, bitteschön, dann haben wir das ja. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen, suchen Sie sich Ihre Verschwörung aus, es gibt diese, jene, solche, es gibt alle möglichen Verschwörungen, es ist Ihnen angesagt, welche Verschwörung Sie zu gedenken haben und welche nicht, das war es dann mal, Ihr Verschwörer, hallo, hallo, das war es dann mal, ja, das war es mal, hier von Ihrer Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk, bleiben Sie uns wohl auf, Ihr Sprachfunk. Vielen Dank.